Hey und Willkommen zu einer kleinen Runde Fortnite Creative zusammen mit dem Zombay. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch GLP bei euch als Creator-Code eingeben, bewerteten im Part und viel Spaß! Geh mich jetzt ertränken. Okay, ich komm mit. Hallo? Komm mal, komm mal mit. Ja, komm mal her. Steig mal ein. Kannst du einsteigen hier? Nee, oder? Wenn ich an dich rankomme, ja. Ist direkt wieder in Waffenposition. Ich würde gerne einmal zum Bus. Aua! 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 Ja, ich bin nicht da. Pfff! Ich bin einmal genau in den Fluss gefallen. Bus, ich komme! Alter, guck mal, der ist ganz golden. Was ist Gold? Der Typ, der ist im Quad. Hä? Hast du Halluzinationen heute? Vor allem, ich höre ihn hupen. Aber ich seh ihn nicht. Der Hub ist der da. Ah ja, den seh ich. Okay. So ein goldener Typ bei mir. Ach so, da! Den meinst du? Hier ist der goldene Typ. Echt? Bei mir steht der ganz woanders. Ja, hier! Ah. Kannst du auch springen bei dem? Könnte ich, ja. Oh, ist leer. Hier. Nee, ich kann nicht drauf. Geht nicht. Ja, genau. Ich kann auch nicht bei ihm drauf. Der steht bei mir einfach hier an der Treppe. Wahrscheinlich gehackt. So. Einmal einen rein. Bist du jetzt mit im Matchmaking? Ja. Okay. Weil die Leute wollten, dass wir einmal normal reingehen. Okay, ja. Ich war zuletzt in Season 5 oder so einmal drin. Mit Paluten. Bei dem Chapter Remake. Bei Chapter 2 halt einmal drin oder so. Ein paar Runden. Ich habe vielleicht in meinem Leben 10 Runden gespielt oder so. 15. Ja, so viel habe ich vielleicht gewonnen in meinem Leben. Nice. Aber ich wurde immer durchgecarried. Okay, wie geht das? Erklär mal ein bisschen. Also, Perox ist Level 224 und brennt. Ich bin Level 10. Ich glaube, wir sollten uns dem anschließen einfach. Hä? Was ist das denn? Hä? Oh, ein Lichtwetter. Achso. Oh Gott. Lass mich. Ich mache Schaden. Ja, hier sind noch mehr. Noch eins. Hä? Ohne? Aber mit dem könnte man irgendwie so ausreich Rollen machen. Wie ging das nochmal? Blocken? Und hüpfen? Ah, ja. Ah, da. Wie cool. Komm her. Wow. Ja, wie cool sind wir. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Drück B, drück B, drück B, drück B. Was ist denn B? B. Habe ich. Okay, dann hast du dem Busfahrer gedankt. Ja. Achso. Warte, ich würde gerne... Okay, diese Map kenne ich gar nicht. Ich habe da oben ein rechtes Deadpool bei mir auf der Karte. Wo ist denn... Da ist diese Stadt da, diese... Wie hieß die denn? Weißt du? Ich hüpfe jetzt einfach hier runter. Okay, raus. Ja, da wo markiert ist. Die sieht doch ganz anders mittlerweile aus, oder? Ja, ja, klar. Ja, bestimmt. Ja, weiß ich nicht. Das ist doch eine andere Insel mittlerweile. Ja. Ja, ja. Komplette Rentner, ey. So, ich würde da jetzt gerne runter gehen, dann eine Waffe aufheben und dann instant sterben. Das wäre gut. Du bist lila, ich bin pink. Okay, wir haben beide dasselbe Haus markiert. Das ist gut. Ja, klar. War ja auch geplant. Wir sind eingespielt. Gold, da ist eine... Ne, 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 goldene, äh, weiße Kiste. Okay, ich habe eine Strohflinte. Okay. Ich baller aber alle kaputt. Ich habe eine Waffe. Ich habe eine Waffe. Wir haben gewonnen. Ja, easy. Warum ist denn hier keiner? Ich habe eine Angel. Wir haben gewonnen. Und warum habe ich so eine Scheiße? Da ist einer. Oh, da bist du ja. Nice. Hallo. Aber ich habe auch eine andere. Ja, ja. Wir sind verbündeter unter uns. Achso. Das wusste ich. Hä? Wo war denn einer? Ja, wie geht das? Doch, ich habe eine Tür reingemacht. Oh Gott, da unten. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Wuh. Hinter mir, hinter mir. Ich habe noch einen. Ich habe auch einen. Habe ich gerade zwei Kills gemacht? Hier unten im Haus ist einer noch. Warum habe ich eigentlich nur einen Kill? Wo ist der Typ, den ich... Ah, jetzt. Okay. Der lag im Becken. Näherungsmine. Bei mir. Bei mir. Ja. Ich hätte ihn fast gehabt. Oh Gott, du siehst doch meine Hand. Bitte nicht. Ich erlob. Auf. Aber ich habe zwei Kills gemacht. Okay, jetzt haben wir jetzt. Du. Du bist dran. Okay. Bring ihn um. Bring ihn um. Oh, schön. Er lebt noch. Ich habe noch einen. Und jetzt. Wow. Kannst du mich nicht aufheben? Ich liege doch da. Doch, kann ich. Hä? Weißt du nicht, dass es das gibt? Nein. Wie komme ich jetzt rein? Ja, da vorne ist so ein Bus. Da kann ich dich aufheben. Ja, mach doch. Ich bin dabei. Ich habe das Spiel gepatcht. Dann kam ein Apex raus. Ungefähr kurz danach. Seitdem ist das drin. Ja, hol mich doch. Jetzt hol mich. Ja, hol mich. Neustart einleiten. Ich spüre es. 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 Ach, ist egal. Ist ja nur Level 200. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh. Da bin ich. Ah, ne. Der ist einfach disconnected, der Perox. Ach so. Ah. Hast du eine Waffe für mich? Ich habe nur eine Pistole. Ja, komm her. Ey, hast du eine Waffe, ey? Ja. Oh, danke. Hä? Da ist einer, aber der, der... Hä? Ich höre gerade jemanden über uns. Ja, ich sehe ihn auch. Hast du dich? Hä? Hallo, das bin ich. Hallo, das bin ich. Nein, da ist doch einer mit einem lila Lichtschwert. Achso. Gekillt. Okay, danke. Das Lichtschwert. Ich habe einen Raketenwerfer. Darf ich mal fliegen, bitte? Komm mit. Jo. Ich will ja alle einsteigen. Ich will ja alle einsteigen. Du hast Yoda auch rein. Ja, Yoda. Ah, er ist da. Wie, wie steige ich? Äh. Geht bestimmt links. Äh, link. Achso. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Ja, klick einfach mal in den Kreis rein. Das ist schon mal safe. Okay. Ja, cool. Das Lichtschwert da rumliegen. Wie cool. Da ist einer unten. Wollen wir den killen? Oh, er schnitt gerade schon, oder? Ne, achso, das ist Wind. Das ist aber Wind. Wo ich dachte, das wären Schüsse. Mann, ich habe 10 HP. Geh weg von dem. Okay. Wir klären das. Ich steige aus. Ich steige aus. Und, wow. Du hast ihn. Ne, Yoda war's. Hä? Hilfe, sein Maid. Ich habe ihn. Was ist denn los? Wir sind ja alle tot. Fortnite-Götter. Du bist in den ersten Runden. Hier ist noch alles mit Bots überfüllt. Ne, Fortnite-Götter. Hast du vielleicht Heilung für mich? Ich will ja zur Heilung fliegen. Achso, okay. Dann warte, lass mich mit rein, bitte. Lautsprecher. Lädelä, Lädelä, Lädelä. Hä? Von Schießt der? Einer hinten? Wo ist denn einer? Keine Ahnung. Ich sehe keinen. Lass uns noch so einen Respawn-Bus. Und der ist überloot. Da, da ist loot, geil. Meine Kiste. Meine, 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 wie, achso. Gedrückt Schatten. Ja, der ist hier. Oh nein. Hallo? Yoda, was machst du da? Mit dem Laserschwerter kann man halt auch ultra easy die Wände durchschneiden. Hä? Fernzündung. Da unten. Da unten ist ein Team. Oh, der hat einfach alle ausgeschaltet, Yoda. Der ist die XP-Marke. Hier ist einfach eine Million Loot. Yoda hat einfach zehn Leute umgebracht. Ja, ich sehe es. Oh, da kommt noch wer. Oh, da kommt noch wer. Von wo? Was war das? Was ist dies? Weiß ich nicht. Ich will es gar nicht. Ich heim mich jetzt. Da. Hab ihn. Easy. Wird so einfach. Ich hab hier eine lila Sniper, wenn du die willst. Ich hab eine. Ich hab jetzt auch eine. Oh, hier ist auch ein Grafhaken. Ein Harpunwerfer. Oh. Kann man damit nicht nur die Hälfte füllen? Ah ja, genau. Schade. Mannu, komm mal her. Was denn? Wo bist du? Hier hinten. Hier. Komm mal her, komm mal her. Äh. Erstens einer auf dich und zweitens. Komm mal her. Ja, aber er war von wo? Oh Gott, direkt neben mir. Nein, ich hab mich fast selber umgebracht. Oh Gott. Alter, ich bin hier so ein fucking Rentner. Komm mit, Mannu. Warte, ich muss hier im Heim. Kannst du hier auch mal im Heim mit deinem komischen... Genau, mach mal. Ja, mehr, mehr, mehr. Geilo, geilo. Oh, was ist das denn? Kannst du da killen? Ja. Kannst du da killen? Hä? Yoda liegt. Yoda liegt. Komm, komm mal, stell zu mir. Wir können Yoda da noch wiederbeleben. Alter, ich hab ihn mit dem Lichtschwert getötet. Ich versteck mich gerade. Jo. Komm zu euch. Ich überleb nicht mehr lang. Sind hier noch mehr außer der eine? Ich glaub schon, ja. Mach zu und komm. Du mit deiner Hand. Wie das aussieht. Na, Yoda ist disconnected. Als ob. Ich hör noch jemanden neben uns. Ja. Ich hab mein Laserschwert. Kannst du mich... Warte, ich... Wenn du Bandagen hast, erst Bandagen. Hab ich nicht, hab ich nicht. Okay. Oh Gott. Ich hab ein Sprungpad. Wir könnten verschwinden oder fliegen. Komm, ich mach. Wir haben doch auch... Ja? Ich mach. Komm, wir gehen. Okay. Einfach mal gehen. Mehr in die Border. Müssen wir eh. Yoda. Das war aber nicht Baby Yoda, oder? Nee, nee. Keine Sorge. Mist. Das war so knapp. Er kommt reingeflogen. Er hatte auch ein Sprungpad. Wir leben noch 23 Leute, Manu. Ja, wir gewinnen. Ich hab 5 Kills. Oder? Das eine ist... Das erste ist Kills, ne? Ich hab 4 Kills. Ja. Kartenkreuz und danach so ein Gruppen-Kills. Ah, da hinten ist ein Drop. Wir surfen jetzt einfach hier runter. Dann ist da noch Loot für uns. Das ist doch schön. Ja, das ist eine XP-Medaille. Jaaa. Wollen wir angeln? Ah ja, stimmt. Das ist echt schön. Ach, so ein Lichtschwert ist das. Klop, 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 klop. Ja, ja, klar. Da rechts ist einer mit dem Lichtschwert. Ist egal. Keine Zeit. Ich will ihn aber umbringen, bitte. Darf ich? Da mal reinschießen. Die werden doch gleich von der Zone eh reingedrängelt. Das stimmt. Auch außerhalb der Zone. Ja, ja. Oh, die macht doch gut Schaden. Oh, das geht. Hab sie schon stärker erlebt, die Zone. Damals. Als sie insta-killed hat. Wie brutal das Spiel einfach wäre. Bitte schieß mich an, Senpai. Oh, ja. Da hinten ist einer mit dem Lichtschwert. Ich hab ihn noch genau gesehen. Das ist doch keine Pflanze. Oder? Oh Gott. Oh Gott. Ja, da ist ein ganzes Team. Ja, warte. Erstmal werden wir mich umbauen. Ja, ich baue gerade. Ich sehe, ich sehe. Ja, ihr direkt bei uns dran. Warum bist du nicht drin? Weil ich selber was gebaut habe. Okay, nee. Das macht so keinen Sinn. Ich lad nach. Ich bin eigentlich schon tot. Kommen sie gerade näher? Oh, shit. Hilfe. Hilfe. Wo, wo, wo mein... Nein, ich hab... Nein, ich hab eine andere Maus. Mir fehlt die Treppe. Oh, oh. Ja, direkt nördlich von uns sind welche? Ja, im Westen auch. Da, an dem Baum. Die kommen auch auf uns zu gerade. Kannst du mal eine Treppe da im Baum, bitte? Dass ich hochkomme? Ich hab die Taste nicht belegt. Ah, jetzt sehe ich was. Perfekt. Oh, alles klar. Du schnaibst ein bisschen nicht heilig erst mal. Sie kommen, sie kommen. Hab ihn einmal 95 Schaden. Ja, toll. Alter, wie viele Teams sind das? Ich weiß es nicht, aber die gehen auch so ein bisschen aufeinander los. In 10 Sekunden bewegt sich die Wand. Komm nach links. Ganz knapp. Okay, okay. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Was mache ich hier, Alter? Ich baue mich selber ein. Hilfe. Da liegt... Oh, nee. Da ist die EP-Münze. Die will ich haben. Scheiß auch mal leben. Manu, jetzt komm. Manu, jetzt komm. Wir haben gute Chancen. Ja, aber wir müssen ja nicht gewinnen. Ich wollte ja direkt am Anfang sterben. Wir sind hier. Guck mal, da vorne läuft einer rein. Der lootet sich da zu. Geht er mit dem Lichtschwert rein. Oh ja, da fliegt einer. Mist. Äh, bei mir, bei mir, bei mir. Ich werde schnell... Ich bin tot. Hinter dir! Warum kommst du denn nicht? Warum... Bist du gerannt? Muss... Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich bin tot. Ich wollte auf die da drin gehen. Die gerade sich looten. Wollt die einfach mit dem Laserschwert wegmachen. Wenn der Maid angegriffen wird. Mein Maid. Hab kein Maid. Ja, hab ich gemerkt. Jetzt... Ah, ich dachte schon, es stirbt da drin. Boah, die brauchen so viele Paläste. Ach, man. Ach, wir haben gewonnen, Manu. Nee. Oh. Oh. Vielleicht gewinnt ja der, der mich besiegt hat. Oh. Das war das schon meine. War das deine? Stimmt. Kann der auch, wenn seine Waffe 37 hat? Ja, ja. Das ist... Ach. Alter. Der kriegt ja jetzt schon. Ah. Einen Anfall. Oh. Der ist auf seiner Rakete. Bam. Da ist ein Schwert drin. In dem Stein. Excalibur. Aber nimmt er nicht. Da. Ja, da sind sie doch. Guck mal, das ist sogar ein Blobfisch. Oder was hat der da auf dem Kopf? Ah, der hat so einen Bomben... Raketenbogen. Ist so cool. Ja, die sind cool. Da filmen wir so ein bisschen. Alter, ist ja viel cooler als ein Raketenwerfer. Ja, klar. Ist ja auch viel besser. Dann lass nicht zu, dass ihre Brücke eingerissen wird. Was die da gebaut haben. Ja, ne? Oh, Banana Boy geht mit dem Lichtschwert ran. Und ein Banana Boy. Das setzt meine Legende fort. Oh. Beide zusammen. Ach, keiner trifft da doch. Okay. Ja, dann hab ich ihn gerade doch gesehen. Genau da hatte ich ihn gerade gesehen. Oh. Ich dachte, ich hätte so eingebildet. Mit so einem... Ja, komm ey, der ist doch jetzt instant down. Den würde ich mit dem Lichtschwert töten wollen. Alles riskieren nochmal. Ja. Äh, geht hin. Oh, Banana Boy. Jo, sie machen's. Komm schon. Der andere hat keine Lichtschwert mehr. Pack deine Waffe. Ach ja, stimmt. Schade. Immer ein cooler Kill. Dein Mörder hat gewonnen. Sieht ihr Leute, wir hatten gar keine Chance. War schon der Sieger von Anfang an. Warum bist du keine coole Banane mehr? Das waren schöne Zeiten. So hab ich dich kennengelernt in Fortnite. Ja, weil jetzt Anzugpflicht ist. Ich will einfach nackt sein, weißt du. Ist das so? Jo. Okay. Dann bewertet den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist der Zombie verlinkt. Wär natürlich cool, wenn ihr den Creator Code GLP benutzen würdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.